Ist das in gewisser Weise ein bisschen fake, diese Zahlen, weil man schaut natürlich auf den ersten Blick drauf und ja, dann liest man die Schlagzeilen, ach, das ist ja alles ganz toll. Ist da ein bisschen viel heiße Luft drin? Ja, wie gesagt, wir hatten das Phänomen schon mal und der Markt tendiert das zu ignorieren. US-Investoren blenden das aus. Es gibt wenige, die sozusagen dann die Party versauen wollen. Ich muss jetzt mal aufpassen, was ich hier zitiere, aber das heißt aber nicht, dass die Companies nicht profitabel sind. Nur die Bewertungen, die man oft so in den Raum geschmissen hört, die sind tatsächlich dann doch etwas höher als die offiziell ausgewiesenen Bloomberg-Schätzungen. Das wird für Tesla nicht einfach. Und im unteren Preissegment dann gegen die Massenhersteller aus China zu konkurrieren, ist ebenfalls schwierig. Amerika 7 Prozent, 7 Prozent Defizit in einem Jahr, in dem die Wirtschaft gut wächst. Wie soll es dann erst aussehen, wenn es mal schlecht läuft? Also wenn ich Japaner wäre, würde ich meine Ersparnisse nicht im Yen lassen. Ich kann jetzt keinen logischen Case gegen Bitcoin aufmachen. Also steht ja hier oben drauf, it's a scam. Und dann haben sie eine echte Währungskrise. Und auf dem Weg sind wir ja fast schon. Also das bewegt sich jetzt langsam in die Richtung. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Investoren Deutschlands. Gründer und CIO von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Bert Flossbach. Ja, ganz meinerseits herzlich willkommen, Mario Lochner hier im schönen Köln. Sehr schön. Heute wieder mit perfektem Ausblick. Und Leute, wenn ihr die besten Investoren Deutschlands nicht verpassen wollt in Zukunft, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Herr Flossbach, ich habe mir vor ein paar Tagen ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe von Ihnen gelesen, folgenden Satz, die Luft wird dünner an den Märkten. Muss ich mir Sorgen machen? Müssen sich die Leute Sorgen machen? Muss man Gewinne mitnehmen? Nein, also die Luft wird dünner, bezieht sich im Grunde genommen auf die inzwischen erreichte Bewertung an den Märkten. Und die Tatsache, dass es quasi kontinuierlich seit einem halben Jahr bergauf geht, ohne jede größere Korrektur. Das datiert auf Anfang April, also ist jetzt ein Monat alt. Seither ist ja in der Tat auch nichts passiert. Es gab keinen großen Einbruch, aber es ging auch nicht weiter nach oben. Und der Grund ist einfach, dass die Luft dünner geworden ist. Das heißt, Sie sehen nicht mehr viel Potenzial für steigende Kurse? Ich würde sagen, das betrifft die nähere Zukunft jetzt. Also es ist nicht so, dass die Kurse nicht mehr steigen. Wir werden in zehn Jahren deutlich höhere Kurse haben als heute. Also für jeden, der langfristig investiert, ist das jetzt nicht unbedingt ein Thema. Aber es zeichnet sich doch ab, dass in den heutigen Kursen an den Märkten, insbesondere wenn man jetzt mal auf die großen fünf Unternehmen in den USA abstellt, Magnificent Five, wenn man so will, Tesla ist ja raus und Apple ist momentan auch nicht einer der Top-Performer, dass die doch einen sehr großen Anteil an der Marktentwicklung hatten dieses Jahr. Bei Nvidia war es im ersten Quartal ein Viertel der Gesamtmarkt-Performance, die nur von einem einzigen der 500 Titel kam. Das ist schon bemerkenswert. Und das ist naturgemäß eine Situation, die man immer am Ende einer starken Aufwärtsbewegung hat. Das heißt nicht, wenn diese Konzentration auf wenige Titel stattfindet, dass es einen Crash geben muss. Aber das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass die Marktbreite nicht mehr verantwortlich ist für die Indexentwicklung. Und wir sehen auch einen starken Abstand zwischen dem gleichgewichteten Index, wo alle 500 Titel, wenn man den US-Markt nimmt, gleichmäßig sind. Gleichmäßig mit 0,2 Prozent gewichtet sind. Oder eben den Kapitalgewichteten, wo eben ein Unternehmen wie Microsoft 35 Mal so stark gewichtet ist, wie der Durchschnittsbewert. Und die Bewertung ist da ungefähr 17, 17,5 im Vergleich zu 21. Insofern ist der Markt in der Breite gar nicht so teuer. Das spricht auch gegen eine starke Abwärtsbewegung, zumal die Wirtschaft auch einigermaßen gut läuft. Also ich würde jetzt keine große Bess erwarten. Aber das ist jetzt eine typische Situation, wo der Markt erstmal verdauen muss. Vor allen Dingen diese gut gelaufenen großen Titel verdauen müssen, was die Kurse im Grunde genommen schon antizipiert haben. Das ist alles. Wird es da Verdauungsprobleme geben? Denn bei den Schätzungen sehen wir eigentlich ein ganz klares Bild. Die müssen natürlich erstmal eintreten. Aber der breite Markt, Sie haben es gerade schon beschrieben, der ist eigentlich noch gar nicht so teuer. Und die Gewinnerwartungen gehen nach oben. Könnte man jetzt sagen beim S&P 495 oder 493, wie auch immer, ob man mit den 7 oder mit den 5 rechnet. Und bei Big Tech gehen die Gewinnerwartungen natürlich jetzt nicht ins Negative, aber sie gehen ein bisschen runter. Wird das Probleme geben? Unterschätzen das jetzt einige? Und wie gut waren denn die Ergebnisse von Big Tech jetzt eigentlich wirklich? Ja, wenn man die KI-Hype mal nimmt, das ist ja eigentlich der Treiber. Das ist ja nicht jetzt so, dass die Unternehmensgewinne so stark gestiegen sind in den letzten zwölf Monaten wie die Aktienkurse. Da ist also einiges an Erwartungen eingepreist. Und die Quartalsergebnisse waren ja auch bei den Firmen, die bisher berichtet haben, waren ja auch durch die Bank gut. Es gibt einen Wermutstropfen, über den der Markt wieder mal einfach hinwegschaut. Das Phänomen kennen wir aus früheren Jahren, wurde 2022 dann aber revidiert. Das ist der begrenzte Cashflow. Also die Firmen müssen viel, viel mehr investieren. Das heißt, der Free Cashflow nach Investitionen kommt dann runter. Entscheidend ist aber, dass die bemerkenswert hohen Ausgaben für Stock-Based Compensation. Ich habe mir mal so eine, jetzt gestern noch mal so eine Liste aufgebaut hier. Wenn man sich das bei Meta anschaut, also wir haben 12,8 Milliarden ist der effektive Free Cashflow, wie er offiziell gemessen wird. Das ist was unter dem Strich übrig bleibt. 12,8 Milliarden. Klingt gut. Wenn man Stock-Based Comp rausrechnet, sind es 9,2. Ist immer noch ganz gut. Wenn man aber jetzt berücksichtigt, dass Meta viel, viel mehr Aktien zurückgekauft, als eingezogen hat. Also zurückgekauft und dann wieder verteilt an die Mitarbeiter und damit im Grunde genommen versteckte Personalkosten. Dann liegen wir noch bei 5,5 Milliarden. Das ist also nur ungefähr knapp die Hälfte dessen, was offiziell an Free Cashflow ausgewiesen wird. Das hat ja auch bei Meta dazu geführt, dass der Markt etwas sauer reagiert hat. Die haben wir ja richtig an auf dem Deckel gemacht. Weil Mark Zuckerberg halt erklärt hat, das ist jetzt ein Riesending, da müssen wir reinhauen, was geht. Und auch die CapEx-Erwartungen, die Investitionserwartungen für das laufende Jahr noch mal deutlich nach oben genommen hat. Das ist auch nicht schlimm oder schlecht, wenn man in die Zukunft investiert. Aber es ist natürlich schon eine Wette, die dann auch aufgehen muss. Und diese Firmen sind aber alle, das gilt auch für Alphabet, für Microsoft sowieso, sind alle grundsolide, hoch profitabel. Und das Bemerkenswerte, vielleicht aus ordnungspolitischer Sicht ist, dass sich im Grunde genommen das ganze Spielfeld jetzt auf ganz wenige große US-Unternehmen fokussiert, wenn man jetzt den Technologiebereich nimmt. Und eine Firma, nämlich NVIDIA, als der Hersteller der Schaufeln für die ganze Nummer, natürlich der unmittelbare Profiteur, wir werden es in ein paar Wochen sehen, wenn die Zahlen kommen. Die haben ja ein Januar-Geschäftsjahr. Der Profiteur von diesen Riesenausgaben, ein Riesenausgabeprogramm, die da gemacht werden, ist im Moment eben vor allem NVIDIA. Nicht die anderen Chip-Hersteller, die straucheln ja auch schon wieder so ein bisschen. Und das ist vielleicht keine besonders gesunde Situation für den Gesamtmarkt, aber es ist auf keinen Fall vergleichbar mit der Geschichte, die wir vor 24 Jahren hatten, als die Tech-Blase platzte. Trotzdem, nochmal spitz formuliert, ist das in gewisser Weise ein bisschen fake, diese Zahlen, weil man schaut natürlich auf den ersten Blick drauf und dann liest man die Schlagzeilen, ach, das ist ja alles ganz toll. Ist da ein bisschen viel heiße Luft drin? Ja, wie gesagt, wir hatten das Phänomen schon mal und der Markt tendiert das zu ignorieren. Sie lesen, wenn die Zahlen kommen, heute Abend kommt der Amazon, wenn die Zahlen kommen, lesen Sie immer nur die Top-Lines. Also Umsatz, Gewinn, eventuell noch was zum Free-Cash-Flow. Aber dann der sozusagen offizielle und nicht der tatsächliche. Und der Markt, gerade US-Investoren blenden das aus. Es gibt wenige, die sozusagen dann die Party versauen wollen und auf die Probleme hinweisen, die letztlich unterm Strich beim Cashflow existieren. Buffett hat das ja sehr schön pointiert und gesagt, also wenn Stock-Based Compensation, also die aktienbasierte Vergütung, nicht Teil der Personalkosten ist, ja was denn dann? Und das wurde aber bisher akzeptiert. Wie gesagt, Microsoft, ich glaube, ich hatte schon mal früher darauf hingewiesen, fährt da einen relativ sauberen Stiefel. Die haben eine relativ geringe Quote. Aber es ist ein Thema, mit dem sich dann auch diese Unternehmen dieses Wachstum erkaufen müssen. Sie müssen also die bestehenden Aktionäre, also die Leute, die jetzt zuschauen, verwässern, damit die Mitarbeiter bedient werden können. Oder wie es bei Meta so schön hieß, ja gut, wir tun das, wir kaufen dafür für irre Summen zurück, um die Verwässerung zu vermeiden. Das heißt, wir geben Geld aus und kaufen keine Aktien zurück, reduzieren nicht die Anzahl der Aktien, sondern wir vermeiden einfach nur eine Verwässerung. Und das könnte man schon als eine, sagen wir mal, partielle Fake-Komponente der Gewinne bezeichnen. Unterm Strich heißt es, dass die Firmen eben nicht mit dem 2- oder 23-fachen, sondern eher mit dem 30-fachen bewertet sind. Okay, das ist aber schon ein großer Unterschied. Ja, natürlich. Das heißt aber nicht, dass die Companies nicht profitabel sind. Nur die Bewertungen, die man oft so in den Raum geschmissen hört, die sind tatsächlich dann doch etwas höher als die offiziell ausgewiesenen Bloomberg-Schätzungen. Sie haben gerade gesagt, der Markt ignoriert das. Ignoriert ihr das auch oder ist das für euch ein Grund zu sagen, ich bin draus? Das ist ein guter Punkt. Also man muss es im Grunde genommen bis zu einem gewissen Punkt ignorieren, solange es nicht wirklich dann zu einer Fehleinschätzung werden kann. Und wir haben ja auch die vier Titel Ex-Meta mit einer Gewichtung, die nicht so groß ist wie im Index. Aber wir haben die Titel aufgrund der Cashflow-Stärke, die auch bei einer ehrlichen Berechnung nach wie vor da ist, der Dynamik. Aber wir haben zuletzt hier die Kurse, die stark gestiegenen Kurse genutzt und so ein bisschen die Position reduziert. Was würden Sie den Anlegern jetzt mitgeben? Wenn wir mal auf Cashquoten und Co. schauen, Asset Allocation, was habt ihr da zuletzt geändert? Denn es hat sich ja eigentlich schon einiges getan. Müssen Sie sich auch mal die Augen reiben. Vor kurzem haben wir noch über sechs bis sieben Zinssenkungen gesprochen, hat der Markt eingepreist. Jetzt sind wir eigentlich schon an einem Punkt angelangt, dass viele sagen, Zinsen werden gar nicht fallen. Jamie Dimon war sogar davor vor Szenarien 8%. Nicht, dass er jetzt sagt, es kommt sicher so, aber dass man darauf vorbereitet sei. Weil, also da hat sich ja eigentlich schon viel getan. Die Kurse sind aber trotzdem gestiegen, beziehungsweise nicht wirklich viel gefallen. Was habt ihr da geändert? Also theoretisch müsste sich da eigentlich sehr viel ändern. Also zunächst einmal hat sich die Betrachtung des Marktes dahingehend komplett geändert. In den letzten drei, vier Monaten, dass jetzt die Gewinne zählen, bitteschön. Und nicht, ob jetzt sechs Zinssenkungen, braucht auch gar keine kommen. Warum soll eine Zinssenkung kommen? Solange die Wirtschaft gut läuft, ist alles prima. Da braucht man keine Zinssenkung. Auch der Kapitalmarkt, der Aktienmarkt braucht die nicht. Der Markt ist nicht momentan zinsgetrieben, sondern gewinngetrieben. Wie das ja auch ganz normal ist, wenn Firmen mehr verdienen, sind sie mehr wert und dann steigen auch die Kurse. Insofern ist das eigentlich gar kein schlechtes Zeichen. Und ich habe auch die Sicherheit, mit der der Markt dann so ab Dezember begann, diese sechs, sieben Senkungen einzupreisen, nicht ganz nachvollzogen. Das war unbegründet eigentlich. Und ob wir überhaupt eine Zinssenkung bekommen werden, werden wir letztendlich sehen. Es ist auch für den Aktienmarkt nicht die entscheidende Größe. Es spielt zwar bei der Bewertung eine Rolle, aber lieber etwas höhere Zinsen, wenn die Wirtschaft brummt, als tiefe Zinsen, wenn gar nichts läuft. Und siehe lange Zeit Japan. Und deswegen, glaube ich, ist das für sich betrachtet jetzt kein besonderes Warnsignal. Entscheidender ist tatsächlich diese ganze geopolitische Entwicklung, die wir bekommen haben. Und zwar die Auswirkungen auf die Verschuldung der Staaten. Also wenn wir allein mal die Thematik Verteidigungsbudgets nehmen. Auf Wirtschaftswachstum, auf Nationalisierungstendenzen und möglicherweise preistreibende Tendenzen. Sei es jetzt beim Öl oder wo auch immer. Und dann könnte so ein bisschen so eine Gemengenlage kommen, wie wir sie aus den 70er Jahren kennen. Wo das Wachstum schwach war, aber die Inflation hoch. Das ist eine blöde Kombination. Also diese starkflationäre Geschichte, das ist sehr unschön. Und das glaube ich sicherlich auch, aber vielleicht kommen wir da später nochmal kurz drauf, ein Grund, warum der Goldpreis in den letzten Wochen so stark zugelegt hat. Sprechen wir gleich noch über Geopolitik. Da gibt es ja viele Aspekte. Sie haben ja auch Ihr Buch dabei. Da wird auch gleich noch spannend, was Sie sich da vielleicht vor kurzem extra reingeklebt oder notiert haben. Ganz kurz zu den Zinsen. Muss man der FED eigentlich mal ein Kompliment machen? Denn unterm Strich ist gar nicht viel passiert im letzten halben Jahr. Also zinsmäßig. Aber im Dezember hatten wir ja dann die Schlagzeilen. Jerome Powell hat sozusagen den Sieg über die Inflation verkündet. Ich habe vor wenigen Tagen gelesen, dass die FED sozusagen die US-Wirtschaft vor einer Rezession gerettet habe. Obwohl man ja eigentlich gar nichts gemacht hat. Aber die Finanzkonditionen haben sich dann verbessert. Jetzt zuletzt haben sie sich wieder ein bisschen verschlechtert. Vielleicht tritt man jetzt wieder ein bisschen auf die Bremse. Also ohne eigentlich wirklich was zu machen, kommen wir da ganz gut durch. Die Frage ist, ob es irgendwann dann doch schief geht. IKAI ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, weil das erstmal ein Wachstumsschub, der witzigerweise am Anfang erstmal inflationär wirklich, weil sie Mortskosten haben. Weil viele Investitionen erforderlich sind. Nicht nur in Chips, sondern in alles drumherum. Wir kriegen das auch zum Teil von Unternehmen mit, die eher im traditionellen Investitionsgüter- oder Industriebereich tätig sind, aber sehr viele Produkte liefern, die um zum Beispiel so eine ganze Serverfarm benötigt werden. Die profitieren auch, also da sind auch die Auftragseingänge stark und das ist eine sehr gesunde Entwicklung. Was diese Finanzkonditionen angeht, von denen immer die Rede ist, man muss sich das so vorstellen, wenn die Zinsen fallen, was ja in den ersten Wochen des Jahres der Fall war, also wenn die Zinsen stark runterkommen, dann haben sie im Grunde genommen eine Erleichterung der Finanzkonditionen. Also die Finanzierung für die Unternehmen, Ausgabe von Bonds wird günstiger, Kredite werden günstiger und das beflügelt sozusagen die Wirtschaft und verbessert die Situation für die Unternehmen und wirkt damit konträr zu einer restriktiven Notenbankpolitik. Und das hat sich jetzt natürlich wieder gelegt. Jetzt haben wir wieder steigende Renditen an den Kapitalmärkten, die Spreads sind ein bisschen aufgegangen und das dämpft dann wieder so ein bisschen die aktuelle Entwicklung. Hinzu kommen noch Probleme im kommerziellen Immobilienbereich in Amerika, die aber, glaube ich, begrenzt sind auf die USA und so hangelt sich im Grunde genommen der Markt so voran. Aber wir sind, was den Aktienmarkt anbetrifft, zunächst einmal vielleicht in so einer plateauähnlichen Phase mit ein bisschen auf und ab. Jetzt kommt der Mai. Im Mai geht es ja gewöhnlich eher bergab. Und das könnten dann auch wieder Einstiegsmomente werden, so im Hinblick auf das zweite Halbjahr. Dann kommt nochmal der September, der ist auch schlecht. Und dann sind wir bei den Börsenweisheiten. Und dann kommt die US-Wahl, der auch noch. Die kommt auch noch. Das ist auch noch eine spannende Sache. Ganz kurz zu KI. Sie haben es gerade schön beschrieben, was da investiert wird. Und es sind ja nicht nur die KI-Player unbedingt, sondern es kann ja auch ein größerer Aufschwung werden, wenn viel investiert wird. Ist KI jetzt maßlos überschätzt, unterschätzt? Wie schätzen Sie das an? Ja, also jeder nutzt es ja selber nämlich an. Also ChatGPT wird jeder schon hundertmal für irgendwelche Zwecke genutzt haben. Und was man feststellt, ist, dass die eigentliche Arbeit liegt im Grunde genommen in dem richtigen Prompting. Also KI kann gar nichts, wenn du nicht sauber die Aufgaben erstellst. Und zwar relativ präzise. Und damit ist, wir nutzen das auch oder wir sind dabei, das etwas stärker einzusetzen. Aber der erste Schritt ist das Prompting. Das heißt, du musst die Fragen, die du beantwortet wissen möchtest, so präzise stellen, dass der KI überhaupt was damit anfangen kann. Sonst gibt es ein heilloses Nachgeplapper. Und wir setzen das jetzt etwas stärker ein bei der, oder werden das stärker einsetzen, bei der Evaluierung des Managements. Dazu musst du aber mit dem Management sprechen oder du musst bestimmte Beobachtungen machen und du musst diese Beobachtungen einordnen können. Also muss der KI erstmal eine ziemlich gute Anleitung geben, wonach die wo suchen soll. Und viele Suchmöglichkeiten sind dann doch wieder beschränkt auf den visuellen Kontakt. Man kann Transkripts auswerten, das wird allgemein gemacht von den Earnings-Calls. Man kann die Quartalsberichte, das Wording, was der Vorstand da so schreibt, auswerten. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist bei all dem das Proprietäre, was man selber hat. Und das ist ja nicht diese generische Chat-GPT-Nummer, sondern das ist eine eigene Datenbank, die man hat, wo man zum Beispiel solche Memos verfasst, eingibt und dann lässt man die KI nochmal danach suchen, nach bestimmten Begriffen oder nach bestimmten Assoziationen, um auf das Thema, wie gut, wie fähig, wie vertrauenswürdig ist das Management eines Unternehmens eine Antwort zu geben. Und das ist so ein Projekt, an dem wir arbeiten. Das wird aber keine große KI-Kapazität binden, sondern das ist eher das Mahai-Human-Intelligence, die man da braucht. Und das ist kein ganz einfacher Prozess. Aber das zeigt eben auch, dass KI in bestimmten Dingen sehr viel kann. Und in bestimmten Dingen ist es aber sehr, sehr schwierig. Und wir fangen sozusagen bei dem komplexesten, dicksten Brett an. KI kann ja mit Zahlen nicht viel, sondern ist ein Language-Model. Das heißt, sie können jetzt nicht eine klassische Datenanalyse mit KI machen und sagen, ist die Firma gut oder schlecht? Oder ist der Cashflow fake? Oder ist der Cashflow echt? Und das ist also, wenn man jetzt unseren Bereich nimmt, limitiert. Aber ich finde es trotzdem interessant, sich damit mal detaillierter zu beschäftigen. Und letztlich für Unternehmen mit großen Datenpools, ob das jetzt große Konzerne sind, Konsumgüterunternehmen, Autokonzerne, natürlich Versicherungen und Banken spielt das schon eine große Rolle. Also da wird sich einiges tun. Aber das hat das Internet ja auch gebracht. Und am Ende vom Tag war ja auch nicht jeder, der auf der Internetwelle im Jahre 2000 oder 2001-2002 schwebte, nachher ein großer Erfolg. Und meine Befürchtung oder Erwartung ist eigentlich die, dass das einfach dazugehört. Da wird jetzt nicht Meta und Alphabet und Amazon und Microsoft und wie sie alle heißen, ein riesen USB, ein riesen Alleinstellungsmerkmal aufbauen und sagen, wir haben die KI, sondern das gehört dann irgendwo dazu. Und jeder wird natürlich versuchen, einigermaßen weit vorne in dieser Entwicklung zu sein. Ist das vielleicht am meisten unterschätzt, die Old Economy, was da vielleicht profitieren könnte? Sie haben gerade Bankenversicherung angesprochen, zum Beispiel auch Landwirtschaft. Da gibt es ja viele Beispiele. Ist das vielleicht noch am meisten unterschätzt? Wird vielleicht zu viel auf diese, wie man sie immer gern nennt, KI-Player und Tech-Unternehmen geschaut? Ja, die sind ja nur profitabel, wenn eben die Masse, sei es jetzt der Endkunde, der diese generische Chat-GPT-ähnliche KI nutzt oder eben die anderen Unternehmen das nutzen. Und dann haben die eben, früher hatten die dann plötzlich Telefon und dann hatten sie Fax und dann hatten sie Internet und jetzt haben sie alle KI. Das mag sein, dass das die Effizienz aller Unternehmen und damit der gesamten Volkswirtschaft hebt, Thema Margen. Aber damit ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen und jetzt die eine Versicherung zu sein, die genau weiß, ob das ein Schadensbetrüger ist oder nicht, glaube ich nicht. Um das Thema KI abzuschließen, Nvidia. Wir haben auch gerade schon darüber gesprochen. Es ist ja teilweise verrückt, wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, auch die Bewertung mehr wert als der chinesische Aktienmarkt. Da gab es ja sehr viele Beispiele. Oder wenn man mal Nvidia gleichsetzt mit anderen Unternehmen, wenn da 20, 30 große Player genauso viel wert sind wie Nvidia. Ich frage mal frei heraus, wo soll das noch hinführen? Also ist das noch normal? Ist das noch gesund? Und vor allem, kann das überhaupt weitergehen? Wie groß kann so ein Unternehmen werden? Vielen Dank. Jetzt kommt erstmal ein Kaffee. Jetzt kommt der Kaffee. Ja, im Moment sieht es ja so aus als the winner takes it all. Das ist ja, eigentlich gibt es, gut, da gibt es noch ein paar andere Unternehmen wie Broadcom, aber wenn man sieht, wie schwer sich Intel tut, AMD hatte ja den Anspruch, Nvidia zu attackieren. Und das war dann auch erstmal ein Schuss nach oben, der sich relativ schnell wieder korrigiert hat, zeigt eben auch, wie schwierig das ist, mal eben so eine Chipstruktur, so eine komplexe Struktur wie Nvidia, die hat, die ja weit mehr ist als ein einzelner Chip, nachzubauen. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass keiner der Großkunden von Nvidia, dass keiner dieser Großkunden Spaß dran hat, wenn am Ende vom Tag alles von einem Anbieter abhängt. Und das ist, glaube ich, auch der Deckel, der dann irgendwo bei so einem Unternehmen drauf liegt, dass die großen Kunden gar kein Interesse haben, dass am Ende vom Tag nur noch diese eine dominante Firma übrig bleibt. Und das ist auch der Unterschied zu der Dominanz, die Microsoft sich erarbeiten konnte, weil die geht in die Breite in hunderte von Millionen von Kunden. Während die Kunden von Nvidia, die Großkunden, nach einer Hand abzuzählen sind und in Summe sind es vielleicht dann ein paar hundert, vielleicht auch paar tausend auf der Welt, aber mehr nicht. Und deswegen glaube ich, dass sicherlich das Interesse hoch ist, dass Nvidia Konkurrenz bekommt und nicht nur mit Nvidia zusammenarbeiten zu wollen. Aber die Firma hat einen gigantischen technologischen Vorsprung, ist clever gemanagt. Und wenn wir das Thema KI auf den Chef von Nvidia ansetzen, Jens Nuan, das scheint ein Typ zu sein, der trotz dieser Erfolge die Demut nicht verloren hat. Und diese Kombination ist extrem wichtig und das ist, glaube ich, momentan der wichtigste Schutzwahl für Nvidia, dass die jetzt nicht schlafen. Aber die Gefahren, die ihr natürlich auch seht, sind klar, das wird am Ende nicht gut gehen, wenn nur ein einziges Unternehmen letztlich der große Profiteur von der ganzen Veranstaltung ist. Auch die Wandlungsfähigkeit ist ja eine Stärke von Nvidia. Man hat da eigentlich Trends immer früh antizipiert, also KI jetzt, aber auch früher schon Gaming, Krypto, Mining und so weiter und so fort. Ist das auch was, worauf ihr schaut, wie sich Unternehmen dann entwickeln? Denn das ist ja das Wichtigste und da machen sich ja viel gerade bei den deutschen Autobauern Sorgen. Ist das eigentlich heutzutage vielleicht das Wichtigste, sich dann anzupassen, egal in welcher Branche? Also ich glaube, das spricht eben auch für die Bedeutung des Managements. Vielleicht ganz kurz nochmal, wir haben, man traditionell guckt man sich die Firma historisch an, Umsatz, Marge, Free Cashflow, wie hat sich das alles entwickelt? Wie gut ist der Schutzwahl gegenüber der Konkurrenz? Da wird es schon manchmal ein bisschen schwieriger, das einzuschätzen. Die Bilanz, das ist vielleicht das Einfachste, zumindest wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, wie gut ist die Firma finanziell aufgestellt und welche Möglichkeiten eröffnen sich damit für die Firma in die Zukunft schauend. Und dann kommt immer so ein Punkt Management, nicht? Traditionell denkt man ja gut, dann schaut man sich an, wie lange macht der das, hat der oder die Fachkenntnisse und wirkt die irgendwie nett oder vertrauenswürdig und so weiter. Und diese Flexibilität, die erforderlich ist, ist im Wesentlichen ja auch dafür ursächlich, wie gut die Performance der Vergangenheit war. Das heißt, das ist nicht einfach irgend so ein Geschäftsmodell, wo wir zwei reinmarschieren. Das könnten wir vielleicht bei einem Konsumgüterunternehmen eine gewisse Zeit machen, wir ändern einfach nichts, läuft schon. Aber das ist in solchen Branchen, in der Technologie schwieriger. Auch wenn man einen alteingesessenen Top-Performer hat in der Branche, ist es schwieriger, einfach so weiterzumachen. Und diese Flexibilität ist entscheidend auch dann für die Resilienz des Unternehmens. Nvidia ist ja insofern ganz witzig, weil die eigentlich sehr stark in diesem Gaming-Bereich waren. Und dann kam Krypto um die Ecke. Und dann krachte Krypto 22 ein und die Nvidia-Aktie verlor, das werden einige noch wissen, zwei Drittel an Kurswert. Also das war schon ein sehr heftiger Einschlag. Und dann kam, oh Wunder, plötzlich die generische KI um die Ecke mit Ende 2022, Anfang 2023 mit ChatGPT. Und die ganze Sache kriegt erneut einen Boom. Also man braucht auch manchmal ein bisschen Glück. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu wenig Gutschrift für den Vorstand des Management von Nvidia. Weil die waren auch präpariert darauf. Die waren vorbereitet. Und insofern muss man sagen, dass auch das Management einen sehr wichtigen Anteil hat an der Art und Weise, wie so ein Unternehmen diese Entwicklungen dann auch ernten kann. Intel als Beispiel ist in meiner Jugendzeit, also in den späten 80er, 90er Jahren, war das eigentlich der Blue Chip im Technologie-Bereich. Dann kam Qualcomm, wenn man wegging von der Produktion hin zu dem Design von Chips, völlig neues Business eigentlich. Viel leichter aufgestellt, viel weniger Investitionsbedarf, nicht diesen Schweinezyklus dieser teuren Fabriken und so weiter. Und Nvidia hat sich eigentlich am besten dadurch entwickelt, weil auch wahrscheinlich die am besten gemanagte Firma ist. Und das zeigt, wie wichtig das Thema Management auch bei der Einschätzung von Unternehmen ist. Und nicht nur bei Unternehmen, die jetzt in einem sehr dynamischen Umfeld sind, sondern das gilt eigentlich für jede Firma. Welche Unternehmen sind denn aus Ihrer Sicht gerade schlecht gemanagt? Gibt es so ein Beispiel oder vielleicht auch eine Branche, vielleicht auch eine Region, wo Sie sagen würden, da würde ich gerade wirklich die Finger davon lassen? Ja, es gibt einige Beispiele. Ich muss jetzt mal aufpassen, was ich hier zitiere. Aber was sehr offenkundig ist, ist im Goldminen-Bereich, also der Goldpreis hat nur wirklich dieser Branche gut getan. Aber witzigerweise haben da nicht alle Unternehmen von profitiert. Die Branche, und da gibt es eine gewisse Analogie auch zum Chip-Sektor, ist immer sehr stark durch Schweinezyklen getrieben. Die Preise steigen, dann wird exploriert für Teuergeld, dann wird akquiriert, Firmenübernahmen für Teuergeld. Dann bläst sich die Verschuldung auf und Sie haben ein sehr unsicheres Preisniveau, denn Sie sind ja komplett abhängig von einem exogenen Preis. Einen Großpreis können Sie ja nicht bestimmen. Und ich würde sagen, in dem Sektor sieht man, wenn man die großen Unternehmen sich anguckt, doch das ein oder andere Negativbeispiel. Aber ich will ja nicht explizit irgendwelche Namen nennen. Nur das fällt auf. Und grundsätzlich ist, glaube ich, die entscheidende Frage immer die, hat der Manager, die Managerin, also das verantwortliche Top-Management, das ist eigentlich CEO, die gleiche Agenda, wie ich sie als langfristiger Inhaber des Unternehmens habe? Oder fährt der irgendwo auf einem anderen Pfad? Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, der diese Integrität des Managements hervorhebt, der jetzt aber nicht unbedingt bedeuten muss, dass jemand, der integer ist, auch wirklich gut ist und diese Trends entwickelt und sieht. Und weil Sie die Autoindustrie angesprochen haben, ich finde, die haben das relativ gut gemacht. Es gab wahrscheinlich keinen Sektor mit mehr technologischen Umbrüchen. Auch hier spielt Nvidia wieder eine große Rolle, KI eine große Rolle, diese autonome Fahrnummer, die wahrscheinlich über Level 3 erstmal nicht hinauskommen wird. Aber natürlich die Antriebstechnik, also E-Mobilität und all die Dinge, die in dem Kontext gerade passieren. Und sich da so in diesem Umfeld zu behaupten und die höchsten Cashflows zu erzielen, die man jemals hatte, indem man sich so ein bisschen besser auf das fokussiert, wofür man steht, nämlich Premium. Du kannst jetzt nicht mit Massenautos gegen chinesische Elektrohersteller ankommen. Das zeugt schon, würde ich sagen, von der Stärke des Managements. Und da muss man vor allen Dingen zwei große deutsche Premiumhersteller, die beide im Süden beheimatet sind, die muss man da besonders hervorheben. Da fällt mir gerade der Name Mercedes ein. Unter anderem, ja. Ganz kurz, wir kommen gleich zur Geopolitik und zu Gold, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ganz kurz zur Mobilität. Habt ihr da ganz klare Thesen? Denn das ist ja fast schon eine Glaubensfrage. Die einen sagen, E-Mobilität, da kommt jetzt endgültig der Durchbruch. Die anderen sagen, das wird nie funktionieren. Seid ihr da klar aufgestellt oder ist euch das zu heiß? Weil ihr sagt, das ist was, wo wir uns eigentlich gar nicht so festlegen wollen. Minenfeld, wo man eigentlich nur verlieren kann. Harter Wettbewerb. China spielt ja auch noch rein. Gibt es da Go's und No-Go's? Also die E-Mobilität wird kommen. Die E-Mobilität als Hauptantriebsart wird sich durchsetzen. Aber das wird viel länger dauern als gedacht. Aus verschiedenen Gründen. Deswegen ist es wichtig für Unternehmen, dass man einstweilen in der Lage ist, zweigleisig zu fahren. Also auch diejenigen zu bedienen, die aus verschiedenen Gründen kein E-Auto haben können oder wollen. Dann haben wir natürlich so ein bisschen diese spezifischen Segmente, Top-Segment. Also Ferrari zum Beispiel ist ja nicht der größte E-Mobilitätshersteller, aber eines der wertvollsten Unternehmen auf der Welt in dem Sektor. Aus völlig anderen Gründen. Und da sieht man auch, dass das zwar ein Autohersteller ist, der ist aber eigentlich eher in der Hermes- und Louis Vuitton-Kategorie. Und so galt ja Tesla lange Zeit auch als ein Unternehmen, das kein Autohersteller ist und auch kein Luxusgüterhersteller, sondern ein Technologieunternehmen. Das wird jetzt gerade entzaubert und das ist auch für das Unternehmen ein Riesenthema. Sehr spannende Entwicklung. Also erstmal Hut ab, was Elon Musk geschaffen hat. Genie und Wahnsinn sind immer eng beisammen. Gleichzeitig aber so viele Bälle in der Luft zu halten, neben SpaceX und all den anderen Dingen, die er noch macht, ist natürlich schwierig. Und jetzt gibt es diesen brutalen Preiswettbewerb mit den chinesischen Herstellern, die sich auch schwer tun werden, profitabel zu sein. Die meisten davon, das ist glaube ich Konsens, die werden natürlich scheitern. Also es gibt gar nicht genügend Platz für Dutzende E-Mobilitätshersteller allein aus einem Land. Also da ist sehr viel Dynamik in dem Bereich und ich glaube, dass Tesla dann auch wieder zurückgestuft wird auf das, was es dann am Ende vom Tag doch ist, nämlich ein Autohersteller. Und die haben ja nichts, nicht ein einziges Feature, außer vielleicht ein gutes Netz, Ladennetz, was die anderen nicht auch haben oder ab nächstem Jahr, 25, 26, wenn die deutschen Hersteller komplett neue E-Mobilitäts- oder E-Architekturen bringen, die so aufgebaut sind, als hätte es nie einen Verbrenner gegeben. Das wird für Tesla nicht einfach. Und im unteren Preissegment dann gegen die Massenhersteller aus China zu konkurrieren, ist ebenfalls schwierig. Also in Tesla investiert ihr nicht? Nee, tun wir nicht. Aber ich würde sagen, die Profitabilität und auch die Bilanzstärke des Unternehmens machen Tesla zu einem der gesetzten Playern. Also die haben die Möglichkeiten. Und ich hatte vor zwei Jahren, ab und zu liegt man da ja auch mal richtig, hatte ich die beiden Hersteller Rivian und Lucid mal als Beispiel genommen für Absurditäten, Absurditätenkabinett des Kapitalmarktes, wo Rivian über 100 Milliarden Börsenwert hatte. Beide Unternehmen straucheln momentan mit Fisker als der erste Laden und Nicola de facto auch Pleite. Das ist ganz klar, die Unternehmen kommen gar nicht auf die Größenordnung, die man braucht, um profitabel zu arbeiten. Und ehrlich gesagt, würden Sie sich jetzt ein Auto kaufen von jemandem, wo Sie sagen würden, ich weiß ja gar nicht mehr, ob die Firma in einem Jahr noch existiert? Das ist natürlich schwierig, klar. Das ist ja dann der Teufelskreis, wenn man dann da mal drin ist, dann wird es schwierig. Ganz kurz zum Management nochmal, weil ich das so spannend finde. Elon Musk, Sie haben es schon angedeutet, auf vielen Baustellen unterwegs ist das auch so ein Faktor, wo man dann sagt, normalerweise No-Go. Das ist unvorstellbar, aber der Typ ist eben auch völlig unvorstellbar. Und er hat ja auch Kritiker diesbezüglich Lügen gestraft. Nur jetzt kommt eben eine völlig neue Situation. Wir haben diese technologischen Umbrüche in der Antriebstechnologie, die im Prinzip Richtung Tesla gehen, allerdings auch mit einer sehr starken Konkurrenz, die aufkommt, die politisch auch sehr stark gewollt und unterstützt ist in China. Da fließt alles in diese Richtung. Und ich glaube auch nicht, dass die Chinesen happy sind, wenn am Ende vom Tag Tesla alles abräumen würde. Die machen jetzt ein BYD, haben die jetzt eine Kooperation, die sie anstreben. Und dann haben sie jetzt ein Level irgendwas, dürfen sie ausprobieren. Und das hat der Aktie wieder mal geholfen. Aber das ist schon tough. Also ich glaube, dass die Zeit des einfachen Anstiegs, weil man im The Winner Takes It All Modus war, die ist jetzt endgültig vorbei. Die Produktpalette ist definitiv nicht mehr azure. Also da muss auch einiges kommen. Und die Idee, dass man der größte Autohersteller der Welt wird, glaube ich, hat man da auch inzwischen begraben. Über China würde ich gleich gerne mit Ihnen sprechen. Schauen wir mal hier auf diese Aufzeichnung. Kommen wir zur Geopolitik. Da steht drunter, wenn ich es richtig lesen kann, wo ist der sichere Hafen? Oh, da haben Sie auch jetzt gespielt. Da habe ich gestern Abend mal so zusammengekritzelt. Das ist jetzt nicht offiziell zitierfähig. Aber ja, gut. Was machen wir draus? Also was ist quasi gerade so die Gemengelage? Die Gemengelage, würde ich sagen, hat sich so ein bisschen dahingehend verändert, als dass die Menge an geopolitischen Krisen und Unsicherheitsfaktoren, die wir haben, noch nie so viel und gleichzeitig so stark war wie jetzt. Das führt auch im gewissen Sinne zu einer gesunden Ruhe, dass man sagt, ich kann mich gar nicht mit jedem Krisenherd mehr so auseinandersetzen. Ich muss es einfach mal so nehmen, wie es ist und nicht aus jedem kleinen Thema gleich einen Sturm im Wasserglas machen. Aber wir haben natürlich schon gravierende Veränderungen, die auch zuletzt, nicht zuletzt durch den Krieg in Israel, in Gaza nochmal intensiviert wurden, die Auswirkungen haben auf das ganze geopolitische Gefüge. Fangen wir an mit dem Ölpreis, wie ich gerade schon sagte, mit Verteuerung von Frachthuten, Frachtketten, mit der Verlegung von Produktionskapazitäten, mit Planungsunsicherheiten und so weiter. Das wirkt tendenziell eher inflationär und nicht unbedingt wirtschaftsfördernd. Gleichzeitig wirkt es massiv Staatsschulden erhöht. Amerika 7 Prozent, 7 Prozent Defizit in einem Jahr, in dem die Wirtschaft gut wächst. Wie soll es dann erst aussehen, wenn es mal schlecht läuft? In der Eurozone Defizite ohne Ende. In Italien, in Frankreich relativ hoch, die Schuldenquoten steigen. Es sieht schon so aus, dass wir uns jetzt, nachdem vor 13 Jahren diese große Euro-Krise über uns hereinbrach, die sich ja dann wieder gelöst hat, dass wir jetzt durchaus wieder auf ein Schuldenthema zusteuern, das die Kapitalmärkte sehr stark im Griff hat. Und der sichere Hafen, normalerweise sind das ja Bonds, da hast du schöne Renditen, Kursgewinne, wenn es kracht, dann fallen die Bonds von 4 Prozent auf 3 und entsprechend stark erhöht sich der Kurs. Und ich habe dann als Anleger in einer Phase, in der meine Aktien nicht gut laufen, habe ich dann schöne Gewinne mit Bonds. Das haben ja letztes Jahr viele auf dem Zettel. Das ist ja gar nicht aufgegangen nach dem Motto, Anleihen werden besser sein als Aktien, weil viele ja damit gerechnet haben, eigentlich muss die Wirtschaft irgendwann einbrechen und dann hat man die schönen Kursgewinne. Die Korrelation ist jetzt eher positiv. Also wir hatten letztes Jahr ein gutes Aktien- und ein gutes Bond-Jahr. Und ich würde mir auf jeden Fall nicht erwarten, oder ich würde nicht erwarten, dass wenn jetzt eine sehr schlechte Phase an den Aktienmärkten kommt, dass es sehr gut für Bonds ist. Also vor allen Dingen für Bonds in der Eurozone, die ja praktisch keine, mal von Italien abgesehen, keine wirklich attraktiven Renditen haben. Ich hatte das im Jahresanfang ja auch mal etwas suffisant beschrieben. Da macht man sich nicht immer Freunde bei den Bond-Managern. 2% Zins hatten wir bei Bonds. Wie verrückt ist das, wenn ich für eine 10-jährige Bundesanleihe 2% kriege und genau die 2% sind der Hoffnungswert, auf den die EZB hofft, die Inflation in den nächsten Jahren senken zu können. Das heißt, ich habe, wenn alles gut läuft, eine Realrendite von 0. Und das war nicht sehr prickelnd. Jetzt sind wir auf 2,5, 2,6 gestiegen, ist immer noch nicht prickelnd. Auf jeden Fall nicht so prickelnd, dass ich erwarten darf, dass wenn diese Probleme überhand nehmen und die Wirtschaft stark drücken, mich die Bonds retten. No way. Und dann ist die Frage, wo ist jetzt der sichere Hafen? USA, die US-Bonds haben zumindest den Vorzug, dass die Renditen viel höher sind. Wir sind da bei langen Laufzeiten jetzt knapp 5, 4,6, 4,7. Das ist schon eigentlich ein ganz guter Puffer. Aber auch hier stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt noch der sichere Hafen? Wir wissen, dass die Chinesen massiv Bonds verkauft haben, aus guten Gründen für sie. Wollen die nicht unbedingt jetzt mit ihrem Geld komplett in amerikanischen Staatspapieren sein. Dem Russen hat das auch nicht sehr geschmeckt. Die Japaner haben andere Probleme. Die kämpfen im Moment sehr, sehr stark mit einer Abschwächung des Jens aufgrund der massiv hohen Verschuldung. Was ist da eigentlich konkret los? Also da hatten wir gerade die letzten Tage einen richtigen Zirkus richtig abgesoffen. Und da merkt man, viele machen sich da auch Sorgen. Obwohl die Japaner ja jetzt zum ersten Mal die Zinsen tatsächlich angehoben haben und vielleicht auch die Zinsen dann noch weiter steigen könnten. Obwohl die natürlich immer noch niedrig sind. Machen Sie sich da Sorgen? Viele, habe ich auch schon vor ein, zwei Jahren so nach dem Motto, auf Japan, da muss man achten, weil das könnte da mal was sein. Das klingt immer gut. Auf Japan muss man achten. Das ist so ein typischer Journalistentalk. Wird sich zeigen, muss man sehen. Muss man genau hinschauen. Ja, muss man genau hinschauen. Was heißt das? Also wenn ich Japaner wäre, würde ich meine Ersparnisse nicht im Yen lassen. Wir wissen alle, wie hoch die Verschuldung ist und wir wissen alle, warum die noch tragbar ist. Die Coupons der Anleihen sind 0,7 im Schnitt und die Hälfte von dem Zeug liegt bei der Notenbank. Das heißt, die Zinsbelastung für den Staat ist überschaubar, aber nur so lange, wie die Zinsen niedrig sind und nur so lange, wie die Notenbank bereit ist, noch mehr von den Bonds aufzukaufen. Und irgendwann fragst du dich da mal, ob das nicht so Münchhausen am Schopf, auf dem Sumpf ist, wenn ich die ganzen Anleihen von mir selber kaufe mit dem Mittelsweg Notenbank. Das ist schon skurril. Und dieses Thema ist aber uralt. Wir haben das x-mal schon betont und bis dato hat es dann eigentlich keinen interessiert. Und jetzt zeigt sich doch ab, dass diese hohe Verschuldung langsam problematisch werden könnte. Nämlich, weil wir jetzt Inflation haben in Japan und der Zins ist nach wie vor nahe Null. Und das reicht nicht aus, um Leute in japanischen JGBs zu halten. Und dann kaufen die amerikanische Staatspapiere oder Euro-Bonds. Japanische Anleger sind auch große Gläubiger von französischen OATs. Da gibt es 3% hier im Westen und bei denen drüben gibt es 0,7%. Also sagst du, da gehe ich lieber in den Euro und noch lieber vielleicht in den US-Dollar. Und das führt dann dazu, dass der Yen immer schwächer wird und inzwischen ein Niveau erreicht. Ich finde, die Kollegen, die jetzt im Urlaub waren in Japan, berichten, wie attraktiv das Preisniveau ist. Vielleicht ein toller Reisetipp. Gerade für die Amerikaner. Ja, für uns auch. Du klaust die Leute so billig. Und das stößt natürlich auch an Grenzen. Also es ist nicht nur einseitig gut für die japanische Exportindustrie, sondern irgendwann wird das auch ein echtes Problem. Und deswegen fängt der Markt auch an, diese 160 Yen zum Dollar. Und ich darf ein paar Jahre, da waren es 80, also hat sich der Yen halbiert. Das ist eine Entwicklung, die man schon ernst nehmen muss. Und wir haben ja lange versucht, irgendwie uns einen Reim aufs Gold zu machen. Warum ist der Preis so stark gestiegen? Und es gab eigentlich keine einzige, singuläre, sowieso nicht vernünftige Antwort. Und ich habe dann Ende März mal rumtelefoniert mit den guten Kontakten sozusagen vor Ort. Und es gab alle möglichen Erklärungen, die da eine Rolle spielten. Es gab ja den bevorstehenden dann auch gekommenen Angriff Irans auf Israel. Also ein geopolitisches Thema. Und das andere, Japan, ist dann wieder ein Verschuldungsthema. Und der sichere Hafen ist wahrscheinlich, das wäre meine Erklärung, Gold. Man sieht es aber nicht in den ETFs. Also es gibt keinen offenkundigen Käufer. Es gibt ein bisschen mehr Nachfrage in China, ein paar Tonnen. Die Notenbanken kaufen ja schon ordentlich. Ja, die Notenbanken haben gekauft, aber wenn über 100 Tonnen aus ETFs abfließen. Die Summe, die du brauchst, um von 1900 Dollar auf 2300 oder 2400 Dollar die Unste zu kommen, in so einer Zeit, wie das jetzt passiert ist, das sind mindestens 500, 400, 500 Tonnen. Also das geht nicht mit 50 oder 100 Tonnen. Und wir haben in einem Fonds diesen Anstieg genutzt und so ein bisschen mal was gegeben, damit die Quote nicht zu hoch wird. In einer Struktur dürfen wir auch deutlich über 10 Prozent haben. Da verkaufst du mal eben 10 Tonnen. Das geht so durch. Also es ist Unsinn, wenn man dann liest, dass da 50 Tonnen Käufe von dem oder dem diesen Goldpreisschub gebracht haben. Da ist schon mehr, viel, viel mehr dahinter. Und wer das im Einzelfall ist, weiß man nicht. Also die Schmucknachfrage ist auch leicht rückläufig. Technologie ist ein Goldkäufer, allerdings auf homöopathischem Niveau. Das sind auch nur ein paar Tonnen. Und man kann im Prinzip nur konstatieren, dass viele größere Akteure, vor allen Dingen wahrscheinlich auch Zentralbanken und nicht staatliche oder nicht Zentralbankstaatsorgane, dass die in großem Stil Gold gekauft haben, um diesen sicheren Hafenersatz zu finden, den US-Treasuries in dem Maße nicht mehr sind. Also sind sie weiterhin auch bullisch für Gold grundsätzlich? Weil Thomas May hat vor kurzem auch gesagt, es ist eigentlich noch gar nicht so beim Kleinanleger-Endverbraucher angekommen. Also wenn man sich mal dieses Konstrukt anschaut, gerade mit den Schulden, muss Gold auf jeden Fall ins Depot. Und vielleicht noch eine Zusatzfrage, was ist denn die Gefahr beim Yen? Denn der eine oder andere Zuschauer würde sich jetzt fragen, ja, das ist ja, wenn ich da, kann ich billig in Urlaub fahren, dann ist der Yen eben weniger wert. Wie betrifft mich das denn jetzt in Deutschland? Oder was betrifft das jetzt die Wall Street? Also was ist da sozusagen die Gefahr? Ja, die Gefahr ist, dass eine Währungskrise, dass die Japaner sagt, ich will kein Yen mehr haben. Das ist da nicht so schön. Denn tauscht er rum, dann wird der Yen noch schwächer und dann haben sie eine echte Währungskrise. Und auf dem Weg sind wir ja fast schon. Also das bewegt sich jetzt langsam in die Richtung. Und was bleibt dann übrig? Dann kannst du intervenieren. Das ist Geld im Prinzip in den Ofen schmeißen. Also du kaufst dann im Prinzip Yen auf und verkaufst deine Währungsreserven. Da sind noch über 1.000 Milliarden, die in Dollar sind. Da könnte man schon was mit machen. Aber das ist immer nur ein Strohfeuer. Nicht wie eben Scheine in den Ofen, dann brennt das mal, aber das bringt keine anhaltende Blut. Und die zweite Möglichkeit, die am offenkundigsten ist, ist die Zinsen zu erhöhen. Und zwar nicht nur den Leitzins, der immer noch bei etwas über Null liegt nur, sondern auch zuzulassen, dass die Renditen für Staatspapiere steigen. Und da hat die japanische Notenbank gesagt, nö, wollen wir nicht. Also einen starken Anstieg auf konkurrenzfähiges Niveau wollen wir nicht. So, das heißt, drei oder vier Prozent Zins für japanische Bonds. Um dann Kapital zu zahlen. Und dann würden die Japaner wieder sagen, prima, dann kaufen wir hier wieder JGBs. Und wenn sie das vermeiden wollen, dann bleibt ihnen nur die Möglichkeit, dass sie Yield Curve Control machen. Das heißt, sie kontrollieren die Zinsen, faktisch wie in einer Planwirtschaft. Und das macht die Notenbank und die kauft dann alles auf, was an japanischen Staatsanleihen auf dem Markt fliegt. Das kann man machen. Damit entlastet man zwar auf der einen Seite den Staat, aber das ist natürlich ein verheerendes Signal für das Vertrauen in die Währung. Und natürlich werden das nicht alle verstehen, aber das werden genug sein, die verstehen, welche Botschaft dahinter steckt und noch mehr rausgehen aus dem Yen. Und dann können sie eine echte Währungskrise bekommen, die logischerweise dann auch Auswirkungen hat auf die globalen Kapitalmärkte. Und insofern ist Japan, haben wir ja immer gedacht, das ist so ein bisschen das Experimentierlabor. Wie kannst du mit 250 Prozent Staatsverschuldung auskommen? Wie kann das überhaupt funktionieren? Und Japan hat gezeigt bisher, irgendwie geht das, aber eben nur, indem die Notenbank alles aufkauft, was andere Investoren nicht haben wollen. Und da wir hier in der Eurozone jetzt mit 140 Prozent in Italien, weit über 100 Prozent in Spanien und Frankreich natürlich auch Schuldenquoten haben, die nicht ohne sind, die USA über die 100-Prozent-Marke gehen. Und die verschulden sich ja wie verrückt. Würde ich auch sagen. Also mit so Staatsbonds, klar, ich habe da ein paar Prozent Einkommen, aber in den letzten Jahren hast du lieber Gold gehabt, als ein paar Prozent Einkommen. Gold hat um die 8, 8,5 Prozent in den letzten zehn Jahren an Performance gebracht. Das ist deutlich besser als mit Bonds. Und ich vermute auch, dass wir nach vorne guckend da eher höhere Renditen haben. Und der japanische Aktienmarkt dann jetzt generell vielleicht schwierig, denn der ist ja schon gut gelaufen. Werder Klassiker, nicht? Du kaufst Calls auf Japan, auf den Nikkei. Ich habe mir das auch mal überlegt, ob das Sinn macht, weil natürlich kriegt der Nikkei in Yen durch diese Yen-Schwäche einen Boost nach oben. Das ist gut für japanische Unternehmen, klar. Aber wenn das zu doll wird mit der Währungsschwäche, dann auch wieder nicht. Und da wir ja davon ausgehen müssen, dass die Notenbank in Japan irgendwann mal interveniert, also die guckt sich das jetzt nicht ad infinitum an, kriegst du dann auch unter Umständen mal einen kalten Schauer und dann steigt der hier in den Kürze mal zehn Prozent und dann macht der Nikkei den Weg zurück. Tendenziell wissen wir alle, wenn die Inflation wirklich hoch und das Vertrauen in die Währung wirklich schlecht ist, gibt es zwei Ventile. Das eine sind Aktien, das andere ist Gold. Eine Frage jetzt dazu noch zu Zins und Inflation. Denn da haben wir ja eigentlich ein Spannungsfeld, da würde mich jetzt Ihre Meinung interessieren, wo das hinläuft. Wir haben strukturell, ihr seid ja auch der Meinung, dass wir strukturell eher höhere Inflation sehen, also nicht diese Richtung zwei Prozent, sondern schon eher ein bisschen schwieriger strukturell, wie Deglobalisierung, Demografie, dann auch die Dekarbonisierung, jetzt auch natürlich die Geopolitik, Ölpreis und Co. Also wir haben Inflationsdruck, was ja eher für höhere Zinsen spricht. Auf der anderen Seite haben wir diese irren Staatsschulden, auch in den USA, die ja, ich glaube, eine Billion ist es, alle 100 Tage draufsatteln. Sie haben es gerade gesagt, sieben Prozent. Und da kommt gar nicht mal so viel Wachstum dabei raus. Beziehungsweise wenn die Wirtschaft sich abschwächen würde, würden die Schulden vielleicht noch mehr steigen. Also da müssen die Zinsen nicht eigentlich sinken. Also diese Staatsschulden, wie soll das funktionieren bei so hohen Zinsen? Das ist doch eigentlich fast unmöglich. Also eine Lehre, eine Lehre der Demut aus den letzten Jahren. Die Dinge sind oft sehr klar absehbar, aber der Zeitraum, in dem sich das Ganze abspielt, ist viel, viel, viel länger, als man denkt. Und ja, die Staats-, die Zinslast und die Zinstragfähigkeit ist natürlich umso geringer, je höher die Schulden sind. Kennt jeder von sich privat. Und wenn dann auch noch der Zinssatz auf die Schulden steigt, wird es noch schlechter. Da musst du Einsparungen machen im Haushalt, zu Hause und der Staat. Und wir erleben das jetzt gerade ja in Deutschland, wo die Zinsbelastung von, na, null paar Milliarden war es, vier, fünf Milliarden, Richtung 40 Milliarden steigt. Das ist ja auch schon mal ein schönes Sümmchen, die Differenz. Aber das wird natürlich noch, würde viel stärker noch ansteigen. Hätten wir eine Verschuldung, denken Sie dir am Kollegen in Italien, mit welchen Zinslasten die jetzt langsam zu kämpfen haben. Und deswegen hatten wir ja mal diese Finanzrepression, der 40er und 50er Jahre in den USA analysiert, wo es eben dann nur diesen einen Schritt geht, um von sehr hohen Schuldenniveaus runterzukommen. Und der heißt negative Realzins. In Amerika staatlich verordnet, Zins-Obergrenze ist zweieinhalb Prozent, Ende, mehr gibt es nicht. Und wenn die Inflation sechs oder sieben ist, Pech gehabt. Damals war Goldbesitz ja auch verboten. Da gab es nur ein Ventil für die Sparer. Das war aber den vermögenderen Vorbehalten, Aktien. Es wird sicherlich in diese Richtung laufen, weil es ist jetzt durch die Demografie nicht absehbar, also ich halte es für völlig illusorisch, dass wir jetzt Inflationsraten bekommen, die wieder auf diese nahen Nullniveaus gehen. Und es wäre auch nicht förderlich, weil natürlich eine hohe Inflation das GDP, also das Sozialprodukt steigert und damit auch diese Schuldenquoten reduziert. Also Nullinflation wäre der absolute Horror für die Staatsfinanzen. Wir brauchen also Inflation, zwei oder drei Prozent spielt keine Rolle, aber wir brauchen diese Inflation gepaart mit tiefen Zinsen. Das ist diese Finanzrepression. Die kann der Staat jetzt nicht per Dekret verordnen, aber die kann natürlich die Notenbank sozusagen als verlängerter Arm des Staates herstellen. Trump erwägt ja schon, Powell zu entlassen und die Notenbank sich einzuverleiben. Also das hat er auf jeden Fall verstanden. Ob das jetzt kommt, sei dahingestellt. Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Aber es zeigt, dass am Ende vom Tag die Notenbanken sicherstellen müssen, dass diese Staatsschuldenquoten nicht komplett aus dem Ruder laufen. Ob das gelingt, wird man sehen. Das ist auch jetzt kein Problem unmittelbarer Nähe, weil natürlich diese höheren Zinsen Jahre brauchen, um sich in die Staatsschulden reinzufressen. Es gibt ja noch ein paar alte Bonds mit tiefen Coupons. Aber das ist die große Challenge. Und ich würde sagen, wenn man von all der ganzen Thematik einfach die Quintessenz, das Fazit ziehen sollte, Sachwerte, nicht? Also das ist Aktien und Gold. Das klingt ja fast schon so ein bisschen, wenn das jetzt so kommen würde, fast schon so ein bisschen nach einem Crack-up-Boom dann, dass man eigentlich schon fast in Aktien gehen muss, oder? Weil man gar keine andere Waren hat. Guck dir die Türkei an als Beispiel. Das ist ein typisches Phänomen für ein Land, das jetzt keine Hyperinflation hat, im Sinne von Hunderten und Tausenden Prozenten. Aber eine Inflation, die so groß ist, dass es Vertrauen in die türkische Lira als Anlageobjekt komplett dahin siegt. Und dann gehen die Leute entweder in Gold, natürlich Immobilien, aber bleiben wir liquide in Gold und Aktien. Das ist natürlich klar, dass Unternehmen in so einem Umfeld ihre Umsätze in türkischer Lira, ihre Gewinne in türkischer Lira auch entsprechend steigern. Und das sind eben Sachwerte. Und das sind eben keine Nominalversprechen. Und deswegen die Unterschrift hier, wo ist hier der sichere Hafen? Und der ist, glaube ich, nicht bei Staatspapieren. Jetzt werden einige jetzt zu Hause mit den Hufen scharren. Bitcoin. Wird jetzt der ein oder andere Kommentar fallen. Ist das für euch mittlerweile was, wo er sagt, ja, das ist jetzt angekommen. Viele Player nehmen das ja mittlerweile ernster, die ETFs und Co. Ist das auch eine Option oder ist das für euch immer noch zu exotisch? Ja, Bitcoin ist eine Glaubenssache, aber ich habe das ja schon öfters so, sagen wir mal, etwas lapidar und einfach auf den Punkt gebracht. Es gibt genügend Jünger und genügend Anhänger und ich glaube, dass die Bitcoin-Gemeinde und auch der, sagen wir mal, der Mining-Mechanismus Knappheit reflektiert und damit ein wesentliches Element für einen Inflationsschutz bietet. Und diejenigen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und das genügende Vertrauen haben in Bitcoins, die sollen das ruhig machen. Also wir selber investieren nicht, auch nicht nach der Möglichkeit jetzt, die durch diese Bitcoin-ETFs und Futures gegeben sind, sondern wir belassen es bei Gold. Das ist erprobt. Aber ich kann jetzt keinen logischen Case gegen Bitcoin aufmachen, also gegen Shitcoin und was alles da so rumlief, was ich nie verstanden habe, wie man überhaupt so bescheuert sein kann und irgendwas kaufen kann, was beliebig oft gemeint werden kann. Da steht ja hier oben drauf, it's a scam. Da steht ja hier oben drauf, ich betrüge dich, willst du mit mir Geschäft machen? Und trotzdem haben Leute das gemacht, Dodge-Dings und Wies, was es da alles gab. Aber Bitcoin würde ich sagen, ist einfach jetzt aufgrund des Volumens, des Marktvolumens, aufgrund der Historie und aufgrund der für Investoren jetzt auch inzwischen langsam erreichten Liquidität durchaus eine Alternative. Die muss aber jeder für sich selber definieren. Und jeder muss auch damit klarkommen, das wissen die Bitcoin-Anhänger jetzt am Kanal sicherlich auch, wenn das Ding mal von 60.000 auf 30.000 oder 20.000 fällt, muss man auch cool bleiben. Und dann schüttelt es in der Regel die Leute raus, die gar nicht genau wussten, außer dass es wahrscheinlich mehr wert wird, warum sie Bitcoin kaufen. Und das gilt im Übrigen auch genauso gut für Gold. Also auch da gibt es dann Leute, die kaufen irgendwann, wissen nicht so recht warum, außer dass es wahrscheinlich eigentlich hätte steigen sollen. Und wenn es dann fällt, wird verkauft. Klassisches Phänomen, nur bei Bitcoin halt viel ausgeprägter, weil die Schwankungen, die du erdulden musst, sind wesentlich größer als bei Gold. Kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Herr Flossbach, das hat wie immer schon bisher großen Spaß gemacht. Leute, ich hoffe euch auch. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und gebt auch gerne Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Noch ganz kurz zu China, das würde mich interessieren. Da wird auch gerade heiß diskutiert. Die Chance ist sicherlich groß, das Risiko auch. Was überwiegt aus Ihrer Sicht? Ist es ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis oder? Für wen? Lieber Finger weg. Ja, das ist die Frage. Für China oder für Sie oder für mich? Für uns jetzt als oder für die Zuschauer als Aktionär? Ja, also die Direktinvestments in China haben sich ja als nicht besonders lukrativ erwiesen. Man muss da schon exakt mit der Regierung in einem Boot sitzen. Das heißt, das, was die Regierung propagiert, das muss das sein, was man im Portfolio hat. Ansonsten wird es schwer. Die können aber die Meinung auch schnell ändern, das haben wir gesehen. Die können die Meinung ändern. Wir haben das BYD, war ja lange Zeit die Ausnahme jetzt auch im Elektromobilitätssektor. Auch eine liquide große Aktie. Buffett war ja investiert, relativ früh hat das etwas reduziert. Also mir fällt es sehr schwer, in China gute Investments zu finden. Das liegt da teilweise auch an der Corporate Governance. Also sprechen Sie mal mit Alibaba. Das können Sie auch schenken, im Grunde genommen. Also da kriegen Sie weder jemanden ans Telefon noch zu Gesicht, der irgendetwas Vernünftiges da erzählen kann. Das sind offizielle Verlautbarungen, die können auch vom Politbüro kommen. Und das ist eine Industriepolitik, die dann doch sehr tief eingreift. Und das war vor drei Jahren dann der große Wachwechsel, als Xi Jinping diese Arndt Financial IPOs da abgesagt hat, indirekt. Und ich wäre da sehr, sehr, sehr vorsichtig. China ist aber natürlich ein Thema, um das niemand drumherum kommt. Und zwar deswegen, weil das eben die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, die größte außerhalb der USA. Weil es für viele deutsche, europäische Unternehmen der größte einzelne Absatzmarkt auf der Welt ist. Insofern muss man sich damit auseinandersetzen und hoffen, dass die Chinesen da einen kühlen Kopf bewahren und nicht noch rigidere Maßnahmen ergreifen, was die Wirtschaftssteuerung anbetrifft. Was ich aber auch nicht glaube, weil damit würdest du dir dann irgendwann selber ins Knie schießen. Wie ist da eure Einschätzung? Das ist ja der Punkt, den viele immer übersehen. Wenn man jetzt durch Shanghai läuft, dann sind da ja quasi nur westliche Marken. Also man sieht einen Adidas-Store, einen Nike-Store, Apple-Store und so weiter und so fort. LVMH, Luxusmarken, natürlich auch die deutschen Autobauer. Also hängt ja eigentlich schon auch die Weltwirtschaft natürlich am chinesischen Konsum. Der schwächelt. Der muss sich wiederholen, oder? Sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Dieser politische Aufruf ist ja ganz lustig. Die Coupling oder sowas, Abkopplung. Ja, aber wie willst du das machen? Wenn du 30 oder 40 Prozent deiner Produkte, sei es jetzt als französisches Luxusunternehmen oder deutscher Premium-Autobauer, in China absetzt, da kannst du nicht einfach sagen, ja, da machen wir jetzt nichts mehr. Die kappeln uns und wir machen jetzt in Luxemburg oder so. Schwierig. Also wir sind da, wir sitzen da in einem Boot, das, wie ich gerade sagte, Gute ist aber, dass das auch für China gilt. Auch China kann sich jetzt nicht isolieren, wissen die auch. Die brauchen die westlichen Märkte als Absatzmärkte und die können dann auch nicht im Umkehrschluss sagen, wir akzeptieren jetzt hier keine westlichen Produkte mehr. Aber es ist von der einseitigen, einfachen, positiven, dynamischen Wachstumsstrategie oder Wachstumsstory, die das bis vor ein paar Jahren war, jetzt schon etwas diffiziler geworden. Die Wachstumsraten sind gering und wir haben eben doch diese nachhaltigen Auswüchse da im Immobilienbereich, die auf Jahre hinaus noch abzuarbeiten sind. Also diese Überkapazitäten und die Konsequenzen werden ein Thema sein. Und auch hier gilt inzwischen eine sehr hohe Verschuldung. China war traditionell als Staat nur gering verschuldet. Die haben viel Corporate-Schulden, die de facto Staatsschulden sind. Und jetzt kommt alles zusammen, über 300 Prozent Verschuldung, wenn man alles zusammen addiert. Das heißt, China läuft auch in so ein Schuldenthema rein. Und würde man den Renminbi heute freigeben, früher hast du gedacht, wenn der freigegeben würde und nicht in diesem Band, dann knallt der nach oben, dann wird der richtig stark und zeigt dem Dollar mal die Hake. Jetzt wäre es umgekehrt. Und das zeigt auch, dass die chinesische Notenbank oder Regierung jetzt aufpassen muss, dass sie in dem Umfeld nicht wirklich Probleme bekommen bei der Finanzierung ihres enormen Staatsdefizits. Ganz kurz noch zu Deutschland. Und auch noch ein Glückwunsch, der ich loswerden muss zu 25 Jahren, Flossbach von Storch. Ja, danke. Es gab eine tolle Veranstaltung mit Harald Schmidt. Und der hat das schön beschrieben, dass gerne mal die Landschaft zitiert wird. Nebel über dem Rhein. Heute ist Sonnenschein. Heute ist schön. Heute ist schön. Wenn Sie rausblicken an die deutsche Wirtschaft, da hinten sehen wir auch noch einen rauchenden Schornstein. Machen Sie sich Sorgen oder sehen Sie eher Chancen, weil die Stimmung schon eigentlich im Keller ist? Wie schätzen Sie deutsche Wirtschaft, deutsche Aktien ein? Ja, also an Warnrufen war ja zuletzt kein Mangel. Und was man als sehr bedenklich beachten muss, sind die Warnungen aus dem Mittelstand, die sehr viel offener und direkter kommen wie aus der Großindustrie. Warum? Weil die Großindustrie, die Großkonzerne natürlich auch immer sehr politisch, denken Sie an Autokonzern, der muss sehr aufpassen, was er sagt, weil er natürlich auch sehr stark in diesem politischen Getriebe drin hängt. Mittelständler sind da offener. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen aus dem Maschinenbau, der sagt, der hat 40 Prozent in China gemacht von ein paar Jahren, jetzt sind es noch 20. Auch das Eingang kommt extrem runter, sieht alles nicht gut aus. Und dann haben wir das Problem mit den Arbeitskräften. Normalerweise würde man in so einem Umfeld sagen, kannst du wenigstens auf dem Arbeitsmarkt finden, was du suchst, ist aus bekannten Gründen auch nicht der Fall. Und ich würde mal sagen, wenn das vielleicht ein letztes kurzes politisches Statement sein darf, die Situation ist leider noch so gut, dass der Ernst der Lage verkannt wird. Ja, aber wir sind, unser Finanzminister hat es ja angesprochen, von Platz 6 auf 22 zurückgefallen. Das schert niemanden, weil das Geld wie Manna vom Himmel kommt. Und ich befürchte, wenn das Bewusstsein, dazu gehört auch Finanzbildung, Bewusstsein der Leute nicht ausgeprägt ist, dass all die Dinge, die wir so schätzen, insbesondere unseren Sozialstaaten, dass das alles erstmal verdient werden muss. Viele verstehen das nicht. Die glauben, das Geld liegt so rum. Und dazu eben auch bestimmte Konsequenzen gezogen werden müssen. Dann wird der Standort weiterhin Attraktivität verlieren. Und damit auch die Bundesrepublik Deutschland als AG, wenn man den Aktienkurs jetzt messen würde, weiter auf Talfahrt bleiben. Und das ist ein Thema, das wird die Politik irgendwann entscheiden müssen. Wir wissen aber auch aus der Agenda 2010, dass sie nicht unbedingt dafür belohnt werden, wenn sie Dinge tun, die richtig sind. Das ist oft das Problem. Jetzt habe ich noch ganz zwei kurze Fragen. Glauben Sie, dass wir am Jahresende höher stehen mit den Kursen als heute? Oh, das ist die Lieblings-Bullshit-Frage. Ich weiß, die ich immer... Bullshit-Bingo ist ja manchmal auch ganz schön. Wenn Sie mich jetzt nötigen, würde ich sagen, ja. Also Ihr Bauchgefühl ist eher gut und Sie sehen jetzt auch keine Euphorie. Ist das alles ein bisschen, hat sich das alles ein bisschen gefangen? Vielleicht auch mit diesen... Es wird ein bisschen auf und ab geben. Es fehlt im Moment ein Trigger, aber die Aussage selber muss man ja auch immer Ceteris Baribus betrachten. Die ist nichts wert, wenn sich in drei Wochen oder sechs Wochen dramatisches wo auch immer ändert. Und deswegen ist es müßig zu sagen, wo steht der Markt am Jahresende, wenn sich nichts Großes ändert. Wenn wir also jetzt nicht ein Polit-Drama in den USA bekommen, eine Eskalation des Krieges in unvorstellbarem Ausmaße in der Ukraine, etc., etc., dann höher. Und wenn es anders kommt, als man denkt, muss man eben so flexibel sein und darauf antworten. Oder, das ist manchmal noch besser, wenn das ganze Ding so resilient aufgestellt ist, dass man vielleicht mal eine kleine Delle kriegt, die sich aber wieder auswächst. Und das wäre vielleicht auch eine Empfehlung. Ich weiß, dass da viele, viele Leute zuhören, die do-it-yourself sind und dass, wenn sie sich den Kasten da zusammensetzen, eben darauf achten, dass man nicht nur in die eine Richtung denkt, sondern eben das ganze Ding so abfedert, was dies Jahr eben auch mit Gold ganz gut funktioniert hat, weil doch Einschläge aus allen möglichen Ecken kommen können. Und jetzt noch eine Bullshit-Frage. Fallen die Zinsen in diesem Jahr in den USA? Also die Leitzinsen. Die Leitzinsen. Ich würde auch hier sagen, ich würde fast sagen 50-50. Was dagegen spricht, ist, dass je näher die Wahl rückt, je näher ist der Kollege Paul, dann läuft Gefahr, sich als Wahlkampfunterstützer für Joe Biden zu gerieren. Und in der näheren Zukunft, in den nächsten Wochen, würde ich das für unwahrscheinlich halten. Also ich würde sagen, das ist unzufriedenstellend, 50-50, aber ist auch wurscht. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Herr Flossbach, herzlichen Dank. Das hat wirklich wie immer viel Spaß gemacht. Ja, ganz meinerseits. Vielen Dank. Vielen Dank. Und danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wir sind gespannt auf eure Kommentare und Kanal natürlich abonnieren, um solche Hochkaräter nicht mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.